hallo meine lieben zuschauer ja heute gibt es in dem stream kein piston house survival weil der joe ist krank und der last der macht gerade sein eigenes projekt ich glaube das war irgendwas war das zu ich weiß es gerade hat es mir gerade nicht gemerkt aber das stimmt auch heute allerdings er macht da sein eigenes microsoft projekt und ich habe so richtig bock heute mal wieder scrap mechanic zu spielen musste gerade mal einen schluck trinken halt zwar so trocken okay also ich habe heute richtig bock minecraft minecraft scott mechanic zu spielen so und ich habe überlegt überlegt ich baue dort mal ein haus so eine art piston aus aber in kleinem stil nicht so wie in minecraft hier ich muss den einen namen geben ja kleines haus ne so genau erstellen wir mal so eine map so ok hallo mechaniker ja das brauchen wir alles nicht mehr wer wer skirt mechanic kennt auch das so jetzt will ich mal gucken wo bauen wir uns das denn dahin warte mal erst mal bauen wir uns ein auto würde ich sagen dann fahren wir nicht mal so ein bisschen rum gucken mal machen wir uns hier so ein ganz einfaches auto so da brauchen wir brauchen wir oder jetzt muss ich jetzt mal gucken es sind neue teile dazu kommen sie hier gerade ach was ja ich hatte es glaube ich schon eine ganze weile nicht mehr an ist sehr interessant so jetzt muss ich aber gucken wo sind die stoß dafür da sind die stoßdämpfer das packen wir mal dahin und räder haben wir schon dann brauche ich mal das hier noch so weil ich möchte ganz gern ganz gern das ganze auf federn haben dann dann gibt er nicht so leicht weil ich muss hier das machen wir anders jetzt hier noch ein bisschen raus so sind die dem wagen wir machen wir hier ein bisschen breiter und länger so das da machen wir wieder weg so so und dann muss ich warte mal das war wie wir waren das noch mal nein wir hatten das eingestellt ich hatte doch hier ja maustaste ich drücke maustaste aber irgendwie will das nicht da geht gar keine taste warum nicht so kriechen das nicht hoch jetzt kriege ich das blöde ding nicht hoch optionen das muss ich mal gucken hier stimmt doch was nicht so warte mal sie rückwärts bewegen seitwärts links rechts ist alles klar kriechen sprinten inventar angreifen erstellen nächste drehungen vorige drehungen hebe vorrichtungen ja genau das machen wir mal warum kann ich nein so das hier machen wir mal wieder so ich hatte genau jetzt sollte jetzt sollte jetzt sollte das wieder funktes was hallo also ich hatte ich ein bisschen was verstellt ha ja das ist dann probieren wir erst mal gut das geht nein so gut dass das muss ich alles noch hinten hat justieren die einstellungen kommen nicht so eine fette feder brauchen wir nicht so hier so eine kleine reich dann fahren wir gleich erst mal ein bisschen rum gucken das war so jetzt mal gucken nein das war genau so nein so mit gut können wir das drehen sehr schön so ich sollte vielleicht auch eine lenkung mit einbauen das hier ist vorne das heißt hier machen wir lenkung mit rein so dann machen wir hier genau machen wir hier so ein teil daran so und dann ach das kann man ja nicht direkt dran machen da war ja was das finde ich immer so blöd so genau so so da müssen wir da überall noch die teile dran machen hier so hinten brauchen wir ja keine steuerung das ist ja nicht wichtig genau so da wird nur ganz ganz einfaches auto nichts besonderes so da muss da der sitz noch brauchen nein das ist verkehrt rum wir haben ja da die steuerung so genau so dann müssen wir das noch anbinden so genau dann machen wir noch motor dran perfekt den machen wir da dran so so und dann muss das ganze hier drüber gesteuert werden das dreht sich richtig rum die müssen wir umdrehen so genau das muss in die richtung fahren so dann 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 machen wir den hier ja nicht zu schnell ne so und dann nehmen wir das mal weg wow das ist verkehrt rum das ist verkehrt rum warte mal das steuert hier die falsche richtung so so jetzt jetzt steuert was in die richtige richtung gucken wir uns mal ein bisschen hier um werden können warte mal das ist so ein gletscher k Soldier hier köpfen hier köpfer eine tolle brücke in bau du kriegen wir den wieder hingestellt glaube ich nicht gut nehmen wir das hier mal ja das ist kein meisterstück dieses fahrzeug so das ist ein bisschen zu schnell glaube ich so ich habe das so eine idee wir bauen das so eine brücke drüber oder so keine ahnung tolles fahrzeug ja das ist auch so schön rutschig und überhaupt das ist eigentlich die idee gaming du hast die idee das machen wir weg hier das teil so das hier löschen ja so dann holen wir uns hier was vernünftiges vernünftiges fahrzeug warte mal ich habe doch mehrere gebaut das ist der den hatten wir glaube ich zusammengebaut so ja dass das ist der 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 dieses monstrum das war das dass ich ihn in das ich mit euch zusammengebaut hatte im stream heute mal ich will mal gerade das ist besser so ein bisschen weiter weg davon genau wie könnten wir könnten da hier so eine brücke drüber bei also nicht hier vorne direkt sondern mehr da hinten ja das waren muss ich noch lernen können wir da hinten warte mal warte mal warte mal warte mal ja das geht das so ein bisschen rauf ich noch weiter hinten gucken das war so eine so eine ebene ecke finden oder aber oder aber ich habe das so eine idee ich habe das so eine idee wir könnten wir da hinten sieht da aus wie so eine sprungpanse da will ich nicht ich will mir das mal gerade angucken warte 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 und zwar bauen wir daran das häuschen hin wir machen wir machen wir machen damit ich das dann nicht dann geht er die brücke schief weil das wäre das ist doof das ist voll doof das ist irgendwie doch wir machen wir machen und zwar und zwar und zwar und zwar als das irgendwie möglich ist genau wir machen hier so komm ich komm schon nicht das geht nicht das geht absolut nicht das kann ich so nicht machen das ist wenn man mal was braucht ne weil ich hätte das gern als rampe genutzt aber 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 das problem ist also als auffahrt wäre ja perfekt gewesen aber das problem ist hier das würde alles so schräg dann sein und ich kann es nicht diagonal drehen das ist blöd warte mal ich gucke mal gerade von hier wenn ich das hierhin baut dann könnte ich gerade aber das ist so blöd wir gucken uns nach einer anderen ecke um weil ich möchte auf jeden fall so eine so eine art brücke haben wo ich so ein bisschen gerade rüber bauen kann ich meine von hier ging es ja aber da sind wieder die bäume im weg wenn ich von jeder hochbau der können wir auch nur schräg das ist auch doof das ist auch doof man wenn ich schon mal eine idee habe warte mal ich fahr jetzt mal so ein bisschen hier oben gucken wir uns den canyon mal ein bisschen weiter an hier vielleicht finden wir ja doch noch was wir ziehen ihn gemeinsam über das land ich bin nicht da krieg ich angst und schön dass da auch mit dabei ist ja so aber ich sehe viele bekannte namen hier zum beispiel jakob fischer und so weiter ne kenne ich ja einige noch gucken wir mal wie es hier aus warte mal ist das ne ist keine höhle ist keine höhle wäre ja cool gewesen nein hier geht auch nicht gleich da hinten schauen wir uns das mal an meine wir haben eine stunde zeit um platz zu finden wenn man nichts gebaut kriege aber hey wir haben hauptsache gesucht da hinten ist der canyon zu ende das ist auch doof ach komm ich brauche jetzt einfach hier irgendwo ein haus hin sonst sonst suche ich nur dumm und dämlich weil hier da werden wir nichts kriegen da werden wir nichts kriegen doch wir nehmen das hier so so dann machen wir machen wir machen wir machen wir machen wir mhm 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 so ne und äh ja ich muss das mal kurz hier rüber ziehen so wieso geht das nicht so da sollte hier dann genau das machen wir nochmal ab so dann machen wir hier so ein teil hin genau ziehen wir eins von hier rüber und eins von hier rüber so und dann ist der plan ist der plan das muss ich erst mal gucken warte mal hatte mal ich brauche ähm nein nicht das das da brauche ich so dass ich hier sehe da 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 ne genau genau da ist der ansatz das heißt das ding muss ich dann weiter ziehen genau das ist jetzt da das gibt jetzt ein bisschen aber das macht nix das macht nix da machen wir gleich hier warte mal ich führe mal lalala lalala ich brauche ich brauche ich brauche das da genau genau den setzen wir darunter so dass den keiner sieht ne ach so das geht gar nicht den können wir gar nicht so darunter setzen den müssen wir den müssen wir den müssen wir genau den machen wir da dran so dann sollte das gehen genau und dann machen wir hier eine einstellung und zwar und zwar nein falsche richtung obwohl das können wir einfach hier so das ist ein bisschen viel ne oder äh warte mal machen wir mal auf 25 ja das könnte vielleicht 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 gehen so so 1 rüber genau wir wollen ja nur da hoch irgendwie ne so dass wir so eine brücke über den canyon haben eigentlich wollte ich eine holzbrücke bauen ja das habe ich mir fast gedacht hm 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 ich kriege das jetzt da dran da so hoch das ist zu schwer das ist voll zu schwer ne ich muss von der anderen seite dann rüber ne äh mach mir das mal wieder weg da hebt das wieder an ja das war mir klar ich probiere das mal ich hab ne idee und zwar machen wir das hier so weit weg so erstmal weg wir können sie ja hinterher wieder dran machen geht jetzt erstmal nur darum dass wir darüber kommen wenn das hinten erstmal aufliegt dann ist ja wurscht dann brauchen wir uns ja keine weiteren gedanken machen dann können wir das ding wieder breiter ziehen ja so also noch geht's wenn ich muss ich das ding noch ein bisschen schmaler machen obwohl ich kann es ja von vornherein ein bisschen schmaler machen wir können es ja hinterher dann abändern ich hoffe nur ich stürze jetzt nicht hier runter das wäre sau druck ey ich bin eigentlich blöd nein ich will das in holz ich will das in holz ich will eine holzbrücke da hoch das machen wir wieder weg das machen wir wieder weg tschüss ich will das in holz ich will die und sie das hat wir die als die 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 Vielen Dank.